Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Serie Interviews unter dem Turm hier aus dem Amateurfunkzentrum im Baunatal. Heute habe ich einen Gast hier, der ganz viel in Sachen Ausbildung und Jugendarbeit macht im Bereich Amateurfunk und ich freue mich, dass er sich hier die Zeit nimmt, mir ein paar Fragen zu beantworten. Bei mir ist Werner Vollmer, DF8XO. Werner, du bist ganz engagierter Funkamateur. Wir kennen uns schon seit gefühlt 50 Jahren, aber wirklich sind es 15 Jahre. Sag mir doch mal, was du so machst. Also ich bin erst mal jetzt mittlerweile auch in Rente und kann endlich mein Hobby so richtig ausnutzen. Das ist wunderschön. Ich probiere alles aus, was ich früher nicht machen konnte, weil ich keine Zeit hatte dafür. Ich baue Antennen, ich probiere irgendwelche Geräte aus. Das ist wunderschön. Und wir beide sind zusammengekommen hier im Deutschen Amateurradio Club, weil du ganz, ganz viel in Ausbildung und Jugendarbeit machst. Du warst Ausbildungsreferent im DRRC. Du bist total aktiv mit jungen Menschen unterwegs. Wo ist das Geheimnis? Das Geheimnis ist, dass es einfach ganz toll Spaß macht, mit Kindern und Jugendlichen etwas zu machen, weil die sind wirklich toll drauf. Die sind einfach wissensdurstig. Die sind gerne dabei. Sie wollen immer wieder neue Dinge mit mir machen. Und das macht mir ganz besonders viel Spaß, weil ich auch sehe, dass die Kinder teilweise auch groß werden. Ich erlebe sogar, dass sie erwachsen werden, dass ich so lange den Kontakt zu ihnen habe. Und das freut mich sehr. Jetzt wird gerade von ganz vielen Seiten gesagt Amateurfunk. Aber das ist ja hochspeziell. Ganz viel Technik, ganz viel Physik, ganz viel Mathematik. Wie passt das zusammen? Kinder und Technik? Ja, Kinder und Technik. Auf den ersten Blick haben die natürlich zu Hause nicht viel damit zu tun. Aber wir versuchen mit unseren Aktivitäten in diese Welt zu eröffnen. Und wir haben angefangen von einfachen Lötaufgaben bis hin zu Roboterbau, bis größere Elektronik, bis einer meiner Jugendlichen baut im Moment einen 8-Bit-Computer aus Teilen, die irgendwie in der Kiste lagen zusammen. Der ist mittlerweile auch 20 und der hat mit acht Jahren bei uns angefangen. Und dann sieht man, dass über diese vielen Jahre einfach auch das Verständnis für die Technik wächst und aus denen mal ganz tolle Ingenieure werden. Das ist ja genau das Motto von Artis und DRC, vom Funkamateur zum Ingenieur. Jetzt gab's ja früher in diesen Yps-Heften immer diese Gimmicks, dieses Bauen. Eigentlich ist das ja doch Kinder- und Jugendsache, oder? Dieses Frickeln. Aber irgendwie ist uns das verloren gegangen? Ja, ich glaube, den Erwachsenen geht es irgendwann verloren. Aber gerade so den jungen Leuten eben nicht. Mein Enkel, der ist jetzt sieben Jahre alt, der steht immer neben meiner Werkzeugschublade und probiert alle Werkzeuge ganz doll aus und freut sich immer, wenn ich wieder einen neuen Bausatz habe, den er dann glücklich aufbauen kann, mit nach Hause nehmen kann und sagt immer, Opa, hast du neue Bausätze für mich? Und da bin ich natürlich bemüht, die dann immer zur Verfügung zu stellen. Aber diese besondere Prise bei dir jetzt, warum du die so lange immer in deiner Jugendgruppe hältst? Ist das reiner Amateurfunk, ist das reines Elektronikbastel oder was macht dir dann noch so? Ja, das muss eine differenzierte Geschichte sein. Amateurfunk ist sicherlich im Zentrum, in unserem Technikraum steht eine Amateurfunkstation. Aber die Jugendlichen haben natürlich Interesse an ganz vielen anderen Techniken noch. So haben wir zum Beispiel, ich glaube, zehn Lego-Roboter mittlerweile, wo die Kinder hin und wieder dann auch mal wieder Lego-Roboter bauen. Natürlich auch Bausätze und wir machen ein Repair-Café für Kinder und Jugendliche. Da lernen die erstmal in unseren Schlachtfesten, die Geräte auseinanderzunehmen. Und zwar so auseinanderzunehmen, dass sie nicht mit dem Hammer auseinandergenommen werden, sondern dass sie das Werkzeug kennenlernen. Und das macht denen ganz, ganz viel Spaß. Und da werde ich ganz oft gefragt, können wir nicht mal wieder irgendwelche Geräte schlachten? Ich habe das ja selbst bei dir erfahren. Wir haben ja beim Funktag und bei der Hemmradio schon den einen oder anderen Roboter aus diesen Zahnbürstenköpfen gebastelt. Wo nimmst du deine Ideen her? Naja, ich bilde mich schon weiter. Es ist also nicht so, dass ich immer nur zu Hause sitze, sondern ich gucke rum, was gibt es für Veranstaltungen, wo es um die Erziehung von jungen Leuten geht oder um neue Trends. Und da lasse ich mich schon auch hin und wieder weiterbilden. Und das mit den Zahnbürsten habe ich zum Beispiel dann dort gesehen. Das fand ich total lustig, weil es ganz einfache Dinge sind, die man benutzt, wo man einen Roboter mitbauen kann. Und die Sachen konnte man günstig erwerben. Und so haben wir, ich glaube, schon so 200, 300 Zahnbürstenroboter gebaut. Und die Kinder hatten ganz viel Spaß, das auch künstlerisch zu gestalten. Jetzt weiß ich, dass du vor deinem Ruhestand bei Miele gearbeitet hast. Wie ist denn das eigentlich, wenn man sagt, dass durch den Amateurfunk dann auch eine Berufsqualifikation erworben wird, dass die Firmen sich freuen, wenn sie Funkamateure haben? Kannst du das bestätigen? Ja, das mit den Funkamateuren ist zwar etwas zurückgegangen, aber sie wollen Jugendliche haben, die sich für Technik interessieren. Und so haben also ganz viele meiner Jugendlichen ein Praktikum mit meiner Firma gemacht und sind dann so auch zum Beruf gekommen. Und ich habe ein Mädchen dabei, die ist mittlerweile Kundendiensttechnikerin, wird Kundendienstmeisterin. Und da bin ich natürlich ganz stolz drauf, dass sie aus meiner Jugendgruppe hervorgegangen ist. Das Thema MINT ist ja ganz wichtig. Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik und Technik. Was denkst du, wo kann man denn in den Ortsverbänden des DRC, wo kann man noch ansetzen, wo kann man junge Menschen begeistern? Steht es und fällt es mit demjenigen, der es macht? Ja, das würde ich sagen. Dazu gehört sehr viel Engagement. Man braucht Räumlichkeiten, in denen man das machen kann. Man braucht finanzielle Mitteln. Aber es geht auch mit ganz einfachen Dingen. Also ein Lötkolben und so ein paar Platinen und so ein paar Bauteile reichen manchmal aus, um die Kinder dafür zu begeistern. Und es gibt ja auch Firmen, die bieten total günstige Bausätze an für zwei Euro oder so, wo dann ein Atomium gebaut werden kann oder ein elektronischer Würfel für vier Euro. Und da muss man ein bisschen Geld investieren, aber wirklich auch nur ein bisschen Geld investieren. Und dann kann man schon so einige Abende machen. Aber die Kinder wollen ständig beschäftigt werden. Das heißt, mit einigen Abends hat sich das dann auch relativ schnell erledigt, wenn man nicht weitermacht und die nächste Idee kommt. Es muss immer was Neues kommen. Und nur mit Amateurfunk geht es einfach nicht. Das muss ein bisschen breiter gestreut sein. Die Empfehlung kann ich nur geben. Du bist ja selbst Funkamateur mit Leib und Seele. Was ist denn da dein Bereich, der dir am allermeisten Spaß macht im Bereich Amateurfunk? Also als ich vor 45 Jahren die Amateurfunk-Lizenz gemacht habe, hatte ich mein erstes Funkgerät. Das war so groß wie ein Backstein. Hatte ich mir geliehen. Und dann habe ich gedacht, na, ob da wohl noch mal was kommt. So mein Traum war ein Funkgerät in der Größe eines Kugelschreibers. Das habe ich mir so da gedacht. Ganz Kugelschreiber ist es nicht geworden, aber es gab schon ganz kleine Funkgeräte. Und ich bin über 45 Jahre sehr erstaunt, dass es eigentlich in jeder CQDL was Neues gibt. Dass man immer wieder neue Dinge machen kann. Immer wieder was Neues ausprobieren kann. Dass es neue Antennen gibt. Dass es neue Betriebsarten gibt. Und man sich damit wirklich intensiv beschäftigen kann. Dass es Physik ist und Technik und alles, was da so zugehört. Und das ist heute auch noch mein Leben. Ich freue mich über jede Neuigkeit, die es im Amateurfunk gibt. Und probiere die aus. Das war mein Interview mit Werner Vollmer, DF8XO. Er bringt Kinder und Jugendliche dazu, Technik wirklich zu begreifen. Und dafür gebührt ihm ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön. Wie ganz vielen anderen Ehrenamtlichen im DRC auch. Und dies ist mein Abschlusswort heute. Damit verabschiede ich mich mit VY73, eure Steffi Delta, Oskar 7, Papa Romeo. Und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, drückt auf gefällt mir, abonniert den. Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann drückt die Glocke. 73 aus Braunatal. 2,lers. 2,lers. 1 2 3 7 9